Hi, in dieser Session beschäftigen wir uns mit den Einstellungen für das Einrasten und Verschieben sowie mit dem Rasterwert. Hier haben wir das Menü Einrasten und das Menü Verschieben. Wenn man einen größeren Monitor hat, scheinen die beiden Menüs einzeln auf und man kann direkt die Einstellungen ablesen. Hier arbeiten wir aber auf einem kleinen Monitor. Darum sind die beiden Menüs zusammengefasst und über diese Schaltfläche erreichbar. Der Wert, den man hier unter Einrasten einstellt, gibt das Raster vor, mit dem man im Hauptfenster arbeitet. Stellt man hier zum Beispiel Takt ein, so sind alle Bearbeitungen nur taktweise möglich. Regionen lassen sich nur taktweise verschieben oder verlängern und verkürzen. Wenn man einen Schnitt setzt, so sitzt dieser immer genau auf einem Taktanfang. Wählt man Beat, so geschehen alle Bearbeitungen viertelweise. Bei Rasterwert orientiert sich alles an dem Notenwert, der hier in der LCD-Anzeige eingestellt ist. Achtung! Der Rasterwert ist hier nur sichtbar, wenn die LCD-Anzeige richtig konfiguriert ist. Der Rasterwert, den man hier einstellt, kann nicht nur für die Funktion Einrasten verwendet werden, sondern er gibt auch das Raster in der Pianorolle vor. Ein Zwölftel entspricht hier beispielsweise einer Achteltriole. Meistens stellt man den Rasterwert aber wohl auf Sechzehntel. Ok, stellt man also unter Einrasten Rasterwert ein, so werden alle Objekte im Hauptfenster am hier eingestellten Raster ausgerichtet. Die nächst kleinere Einheit sind Ticks. Ein Tick ist die kleinste Zeiteinheit, die bei MIDI-Events unterschieden werden kann. Ein Tick ist ein 3840. eines Taktes. Das heißt, ein Sechzehntel besteht aus 240 Ticks. Frames bezieht sich auf den Timecode. Ein Frame ist ein Einzelbild in der Videospur. Ein Quarterframe ist ein Viertelframe. Ein Sample ist die kleinste zeitliche Einheit, die Logic überhaupt kennt. Je nach Samplingrate ist ein Sample zum Beispiel eine 44.100 Sekunde lang oder eine 192.000 Sekunde lang. Stellt man auf Samples, so kann man also alles komplett frei bewegen. Stellen wir das Raster noch einmal auf Takte. An sich ist das Bearbeiten jetzt taktbezogen. Man kann aber kurzfristig eine feinere Auflösung wählen. Fast man eine Region an und drückt dann die Control-Taste, so kann man die Region in kleineren Schritten bewegen. Und mit Control und Shift wird die Auflösung noch feiner. Auf welche Auflösung beim Halten von Control beziehungsweise Control und Shift umgeschaltet wird, hängt auch von der Zoom-Stufe ab. Wählt man im Menü Einrasten Intelligent, so wählt Logic je nach Zoom-Stufe und genauer Benutzeraktion automatisch einen Wert für das Einrasten aus. Der Modus Intelligent funktioniert recht gut und ist oft die beste Wahl. Logic arbeitet bei allen eben gezeigten Einstellungen für das Einrasten relativ zum Raster. Diese Region beginnt im Moment nicht auf die 1, sondern mit einem Auftakt etwas vor der 1. Ich stelle den Wert für das Einrasten nun auf Takt und bewege die Region. Hierbei wird nicht der Region Anfang am Taktraster ausgerichtet, sondern der Auftakt bleibt erhalten. Dies macht bei Musik üblicherweise auch Sinn. Wenn man hier auf absoluten Wert Einrasten auswählt, so wird immer der Anfang der Region auf das eingestellte Raster bewegt. Auftakte gehen also in diesem Fall verloren. Grundsätzlich kann man in Logic Automationsdaten unabhängig vom Raster editieren. Mit der Option Automation bei absolutem Wert einrasten werden auch die Automationsdaten eingerastet. Auf welchen Wert die Automation einrastet, hängt von der Zoomstufe ab. In unserem Fall sind es 16. Noten. Ich zeichne einmal eine schlagartige Änderung der Lautstärke am Taktanfang ein. Wenn man genau reinzoomt, sieht man allerdings, dass der Automationsknotenpunkt nicht genau auf der 1 sitzt, sondern etwas davor. Das liegt daran, dass hier unter Versatz für Einrasten der Automation ein Wert von 5 Ticks eingestellt ist. Das heißt, in unserem Fall rasten die Automationsknotenpunkte nicht genau am Raster ein, sondern immer 5 Ticks davor. Das hat folgenden Sinn. Auch wenn die Automation in Logic grundsätzlich samplegenau arbeitet, kann es sein, dass bei starker Prozessorauslastung die Automation ein paar Ticks zu spät ausgeführt wird. Das heißt, in der Praxis ist es besser, die Automation etwas vorzuziehen und somit zu erreichen, dass der neue Automationswert auf jeden Fall auf der 1 erreicht wird. Was es mit diesem Quick-Swipe-Quomping auf sich hat, werden wir später noch besprechen. Verschieben Die Einstellung im Menü Verschieben beeinflusst ebenfalls die genauen Auswirkungen einer Bearbeitung im Hauptfenster. Im Modus Überlappung können sich einzelne Regionen überlappen, ohne dass irgendetwas gelöscht wird. Es wird dann immer der sichtbare Teil abgespielt. Im Modus Keine Überlappung werden Regionenteile, die überlappt werden, einfach gelöscht. Im Modus Crossfade werden überlappende Regionen miteinander verblendet. Beim Modus Links ausrichten wird bei einer Bearbeitung niemals ein Loch gelassen, sondern es wird immer alles nach links geschoben. So wie im Shuffle-Modus in Pro Tools. Der Modus Rechts ausrichten arbeitet genau umgekehrt. Hier wird alles nach rechts verschoben. Auch diese Funktion kann manchmal ganz nützlich sein. Ok, das war's auch schon wieder für diese Session. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Dieses Video ist Teil der Online-Tontechnik-Ausbildung bei www.sonic-vision.tv. Auf unserer Website findest du all unsere Videos, auf dem aktuellsten Stand und ordentlich sortiert. Das ist Teil der St imbalance. Vielen Dank.